Der eh hochgesagt. Von wegen, ja, ja, er wird sich jetzt die nächsten paar Tage zeigen, weh. Positiv, äh, könnt ihr die Berge jetzt gleich kurz stehen bleiben, dann könnt ich's kurz sagen. Kurz einhalten, das SWAT ist runter. Ja, ja, alles gut, wir haben, äh, die Postbeste, wir haben herausgefunden. Sind wir. Sind wir jetzt hier weiter? Wir können weiter. Stopp, einen Moment, einen Moment, das SWAT muss noch aufsitzen. Das war grad ein bisschen asozial. Ach komm, ich steig so ein, bevor das wieder passiert. Das war das scheiß Schild da oben, ne? Hat mich runter gewichst. Äh.